tag 3 in dem fall und der geschenk ungeziefer salbe perfekt und bist der beste warum schon wieder immer drei level über mir schon wieder wisch ich habe ja so für die nächste rüstung buchen wir in dem fall schon mal rauen faden und leder es wäre mal für die nächste rüstungsgattung sehr viel vorteil und natürlich kupfer waren kupfer 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 genau zum beispiel die sechs kupfer die groß geklaut haben aus unserer schmelze und 16 ja hallelujah wir bauen irgendwann mal eine zweite schmelze kupfer der sie wieder zurück damit falls ich bin ja ein alter sterbe stirbt ja vielleicht werte man das jetzt zur stufe wir glauben wir haben noch kurz zwölf leder und nach vier leder ja schade was bringt man das mit mit wasser gefüllte feldflasche eine flasche wasser löscht einen durst nicht toll kann aber auf andere weise nützlich sein okay wo wir jetzt sind aber nicht idees wurde die unbefleckten herzen hast du die ab muss die nicht dabei wertvoll ganz links wirklich wertvoll verdorben habe ich nur noch unbefleckt na die habe ich wahrscheinlich chance die netter oder ich hoffe dass sie die nettes versehen gefressen so in der einfach mal die 24 silber münzen nein also ich habe noch nix in unseren verschlinger kolleginnen dann er hat zwar holz ex in der taflitz in die habe ich vom holz aber lustig videos holz ex und silber krieg ja also schlitz 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 verdorbenes herz ja farming ist wohl das motto von der erfolge weil ich nicht zu fahren da ist ein lager das nehmen wir mal ist schon stark ich bin ich habe eine neue fähigkeit gekriegt ich bin einfach nur ich bin einfach nur stufe 14 waffen in der hand jetzt aber nicht wenn ich wegnehmen aber nix ich habe gar nichts damit da machen wir den fertig mit dem coolen move lehmann papier ich habe mal kurz mit knochensperr macht sex und mein schwert macht o6 kreaturen ist einfach stärker ja okay und die fahnen sind die kameräume bruch holz lager holzfälle lager nimmt noch mit quere warum nicht oder wir können free farm ist free farm aber ich mache da gerade noch einen kurzen ich meine dass in der hat mittlerweile ein wolf dabei nähern ist einfach eine dumme idee wenn neben mir an der stadt direkt in die schnauze ich habe gerade eine kette mit 100 damit 97 prozent nähern oder oder füllt schnell umbringst ich bin einfach anscheinend nehme ich manchmal den speer aus der hand warum man immer er was cooles glaubwürfnummer leifstein grund du machst du gerade am aster jahr Ja. 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 Auch. Irgendwie habe ich sehr gut gemacht, ich kann so viel tanken, wie ich will. Das klassische Q, ich nicht elektronieren. Oh, Auto-Attack! Auto-Attack! Sniper! Hä, jetzt hat es gerade krank. Hallo. Achso, ich habe gemeint, er sei schon weg. Ja, habe ich auch gemeint. Er war irgendwie not visible. Der Rest vom... Oh, was liegt denn da? Ein Steinornament, den ich... Nehmen wir. So. Da ist noch eine Truhe. Ah, da ist noch so eine zum Entsperren halten. So eine Vampirtruhe. Mit einem rohen Saphir, Faden, Schwefelerz und Papier. Ich komme, ich komme. Zoom, zoom. Hey, hast du schon mal von... Na, wie ich bin! Ich nehme einen, ich über tanken jetzt. Hallo, Kabini. Boom! Oh ja, jetzt Schatten-Idees. Aha. Wasserflasche, Silbermünzen! Ah, Silbermünzen! Nein, ich habe sie nicht aufgenommen. Das ist wie am Wochenende, wenn man was trinken geht und ein bisschen im Club, die Silbermünzen brennen da einfach immer wieder ein Loch in die Tasche. Ein anderer Viecher kämpft. Noch mit einer Tierhaut. Tierhaut ist immer gut. Kann ich eigentlich auch was anderes, als wenn ich Wolf bin, habe ich keine andere Fähigkeit. Da sind wir beide drauf trinken. Und du hast dann eine Ulti. Ja, als Wolf habe ich eine Ulti. Kannst jaulen, aber ich weiß nicht, was es bringt. Auf welcher Taste? Tee. Ah ja, Tee. Heulen wie ein Wolf. Wie ein Vampir-Wolf. Okay, danke für die Info. Schaut aus wie ein Block oder ein Stun. Da kann ein Kollege. Vielleicht. Ah, da sind zwei. Die wollten schon wieder beim I-Netzer. Ich bring nochmal zwei. Ah, da bin ich eine Grante Pfeil. Ah, da bin ich eine Grante Pfeil. Das ist dubioser, dass der ziemlich niedrig ist, der Wasserstand. Äh. Ja, der Brunnen. Ja, das ist dezent dubios. Was? Was hast du denn so nach? Na, da war schon. Wie man das ja nennen, ist da wohl ein Schatten von dem Ast. Äh. Ich will nicht sagen, dass es schon minimalistisch programmiert ist. Das schlechtes Bild. Ja. Schau mal schnell da rauf jetzt, um das Kupfer dahinter holen. Him. So. Ich weiß nicht, wo du.. Wie hast du jetzt gewusst, dass der ober Kupfer ist, hast du das gleich gesehen? Ja, ich habe es vom Modus gemeldet. Aaaaah ok ok. So was und aus meiner Sicht war zu gerade so. Hey, da ist Kupfer, ich bin dort, weil das ist auf meiner minimap. au sonne au sonne au sonne auf unser schlosszentrum eben reden wir noch mal über facts mehr bruch kuppe und holz oder leder leder für leder müssen wir mehr mehr wölfe bin erklärm hacken vorne kommt wieder fett ins gebiet ja welcher wetter dieb in der menschen mit klettern kann ich da drüber zu springen ganz nur verhobe habe ich hoffe dass irgendwie durch bäume durch springen kann also so was haben wir da oben oder stadt wird es an einer der stadt der normale scharf schatten ihr loser ich habe mir selber 28 bist du weg nein ich bin doch nicht hier aber du bist in der stufe sind geistige in er mir jetzt mal kurz blut trinken auch im leben oh mein leben So, das bist du gerne, du. Oh, fuck. Oh, Sonne. Oh, Wind. Oh. Sonne, Wind. Jetzt halten halt. Ich muss mich heilen, gell? Ah, ich häng in den Baum. Ah, bring sie nicht zu mir. Ah, ich bin tot. Ah, bring sie nicht zu mir. Nein, oder? Doch, ich bin da oben. Kannst du mich reviven, das wär Premium. 1, 3, so hard. Gott, so far. But in the end. It matters, it matters, it matters. Verdammt. Ich kann F zum Wiederbeleben halten. Das bringt nix. Scheiße. Warte, bis sich ein Verbündeter wiederbelebt oder drücke ich. Neuer Einstieg. Ah, ich sehe das, oder? Ja. Das tut er weh. It's farming time. Did we really die? Wo waren wir? Du musst schon spawnen. Nein, ich kann auch ein Portal spawnen. Ja, aber das ist... Ah, deine Fallen gelassene Beute. Irgendwo. Oh Gott. Zum Glück hat Nacht angefangen gerade. Wir reden halt schnell. Egg in Business. Hey, ich wollte aber als Fall, hallo? Ach so, nur die Beute. Okay. Ja. Ja. Ich habe immer noch alle... Wie heißt das? Waffen. Ja. Und Rüstung auch. Auf alle Ausrüstungsgegenstände. Ich dotschen auch gleich die Pfeile, die mir da nachgeschossen werden, aber sonst. Du bist doch nicht in der Wolfsform unterwegs. Ja. Ja, aber. Du musst ja doch trotzdem ein bisschen dotschen. Ja, man tut ja nichts. Nein, das Wolf. Ah doch. Er hat in einen Baum geschossen. Nein. Der Larry. Tut ja nichts. Zwei Rennen danach. Was? Alles gut. Sie haben mich ignoriert irgendwann. Ich bin ein Wolf. Er schießt auf die. Boah, der hat dann auch geschlossen. Sniper. Oh, in der Nähe von uns werden Höhlen eingangen. Das Ding. In der Nähe wäre auch unsere Beucht. Ja. Die wollen wir natürlich zuerst. Nein, ich bin... Ah, da ist der Alpha Wolf wieder. Das ist ein Bär. Ah ja, da habt ihr die Höhle gesagt. Oh, da ist Kupfer Heaven. Kupfer Heaven. Das sind vier Dinge. Ja. Das holen wir gleich. Wir sind echt irgendwo an der Grend. Ja. Äh. Vorarmen. Ah ja. Drei. Vier Kupfer. Super. Es ist da noch eine Leiche drauf. Ja, man kann ja trotzdem einfach... Wahrscheinlich Umme und F, oder? So, näher. Ah, Blutgross. Siebenundfünfzig Prozent. Oha. Ja. Siebenundfünfzehn. Ja. Ja. Siebenundfünfzehn. Alles nehmen. Da ist eine Hütte. Ah, da ist ein Kollege. Oha. Oha. Schleifstein. Oha. 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 Ich schlucken. 37 Prozent. Die nehme ich. Schleifstein. Nein. Ich bin grad von 37 auf 1, glaube ich. Das ist nicht oft. Na komm. Das hätte jetzt wohl 38 Prozent. Oha. 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 16 rund 64 bis mal 20 16 kupfer erz und 22 holz aber 166 kupfer also 16 barren jeder barren buch 22 20 für unbaren ja und das was ja 16 hier wird es acht barren in der anfall wie schutz bei dir mit dem leder sie haben nämlich noch einiges okay wir könnten trotzdem schon mal in unserem home es ist alles dauert man verwandelt sich immer ihr habt acht als wolf kann ebenso pflanzen abbauen oder so ich bin ja als wolf an pflanzenfresser durch das coach hier haut man test erhöhen eingang leider nicht da oben ist die jahre dass der graue in unserer minimap ich hoffe aber nicht so instanzen die richtung das ist ein reiner ausgang okay irgend eine andere möglichkeit würde ich nicht kommen das ist dann quasi der ausgang springt einfach ins gefecht bilder sie oder ist der rufus der vorarbeiter das ist ein anderer das ist ja ja aber dann haben wir schon besiegt so meine ich hab keine waffe ausgewählt wieder mal also wir hilfe der arme zu wieder seine valorant freunde kurven wir sind ja alle mit meinem c was wir kurz kratzer hilfe komm schieß mir ab ich wollte zurückkommen und weiter ist noch einer andere wo er lacht wenn ich er gibt noch also ich wollte gerade zeigen er gibt nur vier prozent 20 prozent dann immer mehr ist eigentlich random was man für dinge kriegt dann nicht glaubt also du kriegst von denen kriegst dieses verdorbene herz heute vorhin gesagt habe und hoffentlich nicht andere verdorben ist normal 31 prozent nahe wir haben eigentlich die wertig mann mit 31 prozent arbeiter bin jetzt das ist erhöhte ressourcen ertrag perfekt sind ja noch am farmen 32 prozent der decke was ich habe jetzt 31 prozent bauarbeiter bin ich aber es gibt zwei prozent töte überzeige alles über 40 prozent töten man nicht gleich weil dann kann sich sondern nirma wenn das bucht ja wenn es wenn es realisiert zwei prozent immer drüber auf maus 1 unsere base oder hinten glänzert aber noch was ist hoffentlich was zum mit er nix es war ein fake nicht nur so aber nichts wichtig zu machen und mit der kollega glähe healing du machst ja nicht macht wirklich healing ok hast die habt ihr habt ihr noch was will sagen will spät die pflanzen war irgendjemand wird das video vielleicht alle ganz ich denke die voll idioten lassen silber werden sich denken die sind lang nicht so weit wie mir wir haben noch nicht so viel spaß denken sich ja ich bin noch nicht zweimal gestorben ja am anfang war das ein kurzer sonnentest würde ich jetzt sagen und das zweite war dann halt über motiviert das war doppelt das sagt ist es auch da hast du die tür nicht zugemacht hast du vorhänge da haben wir wissen dass du noch kurz naja wenn du alles auf kupfer will immer bruchst du ja 64 kupfer und 412 200 224 barren es hätte sonst nichts zum trümler und seine 24 barren 224 448 sind sind 4000 stück über 4000 blutpresse oder 10 bretter dann können wir das bau erreicht was aber ich baue jetzt ich bin ein bauer bei uns da jetzt eine blutpresse her warum hast du da drohe hermann mit zu viel leben für die blutpresse gerade nicht so gut zum anebau ich baue die mal daher was haben wir denn auch mal ungeziefern ist da kommen ratus ist das gut oder schlecht ja ist gut oder steine und knochen und den baum an den bums mal vier stück von einer wilden ding aber du kannst einfach nur bestand übertragen das ist bestand übertragen ein filter der ds inne was ist denn du hast ja da mauer gebaut so richtig nixig kannst ja briesen das wäre bei uns ein ungeziefernesch baut der verschlinger haben wir gebaut die mühle haben wir noch nicht vier kupfer waren für mühle dafür fertig das wäre premium nach zehn sind so gut im business hast du noch schleifsteine übrigens nur drei von vier ja da ist deine letzten ganz recht der effekt wenig schläft wo bauen wir den kollegen an fast komm ich denke wahrscheinlich deine nähe zu den drei wertvollen ist der tür platz für den wums bachung hammer dominanz und man lagerung hammer perfekt wenn alles optik gebildet mühle wir können nicht steinziegel herstellen wir können stein körper aus ziegeln und lehm herstellen um im wasser und der lehm vom kümmern lehmform hersteller herum also nur lehm und wasser lehm und das knochner grabstaub oder bei dir müssten ratnusser kommen ja da muss man was reinigen ja genau ok ja aber da haben wir genug ich glaube da werde ich schon mal was opfern für das habe ich gerade beides im sack dann habe ich hinein lassen wir da auch ein bisschen stein durch die wo wir noch erzählen ja einfach ein bisschen produzieren ist glaube ich kein schaden schlosszentrum nochmal sechs kupfer waren und zwölf heute war so viel leder oder ist noch mal zwei sache zum lernen schlichte möbel und stein ornamenten also scheinernamente habe ich gerade vorstuckers lernen die schlichten pflichten möbel habe ich vorhin 50 papier rich einmal also geschnitztes holz hersteller und bilderrahmen und eine angelrote angelrote öl 2 druck das heute nicht einmal herstellen vielleicht legen wir was irgendwie positiv Tristan, der Vampirtöter, ist ein Vampirjäger. Den habe ich allein nicht mehr geschafft und ich bin bis Stufe 40. Okay. Jagt der etwa Vampire? Ich glaube, dann werden wir nicht. Ich glaube, das ist ein Sieg. Ja, dann... Der haben wir für die fette Grundl am Kopf. Hoffentlich stirbt er dann. Okay, Angelroute, stelle ich auch noch her. Ja. Und dann täte ich mich noch einmal... Piesel. Machst du noch Ruhe für hergestellte Gegenstände? Kann ich, ja. Dann kann ich dort das Zeug in einem Genie werfen. Ich habe noch eine zweite verstärkte Knochenaxt. Warte, ich habe sie beides, okay. Mach gerade noch eine Angelroute. Kann ich sonst noch mal... Eine Werkbank... Ich habe nichts mehr... Ein komischer Tisch da... Mehr... Müllsofen... Oh, wir haben fast geholzt mit dem Sägewerk. Ich habe es ja geholt. Ich auch gerade. Warte, nochmal ein bisschen Holz hin. Ich habe es ja noch mal 500 Wut. Erst Angelroute, ja. Wo ist die... Ah, da ist die Truhe. Der Mond geht auf, jetzt wird es ganz wild. Das ist bisher immer da gestanden. Dann mal die Angelroute hine... Der Bilderrahmen... Und... Das geschnitzte Holz. Werner noch... Und das was bringt. Meine zweite Axt habe ich gerade in die... Schluckert drüber... Eine... Wenn wir da Münzen kriegen... Ja, ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe wohl nur Münzen... Ich habe die Kupferwaren zu unserem Holz... Stein... Kollektiv weniger. Ah, ja, ja. Und die Bretter... Oh... Schwefelerz... Oh... Hier... Ah, da sind noch Fäden... Und das eine... Hier, ja. Kann man das und das... Ohne eine... Hauen... Oh, das Schleifstein... Ohne bei Stein dazu... Hast du schon ein Tuch gefunden? Ah... 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 Ah, ja. Bei Wert... Da sind schon Ratten... Da sind schon Ratten... Ah... Da sind schon Ratten... Dann sind wir eigentlich... Schon good to go... Und als nächstes... Wären wir hoffentlich... Der... Vampirjäger... Dann töten... Nein... Ich glaube als nächstes... Stand da noch ein paar... Davor dran... Hier rollt der Steinbrecher... Okay... Mal wohl als nächstes dann... Ja... Dort kann man Leder herstellen... Faktisch... Okay... Perfekt... Oder Waffenschmied... Ohne... 50- estou irgendwo da... �inizi please... Ohne... Inputs... Die execute er...